Hallo Niki, was machst du denn hier auf dem Fußboden? Hm? Hab ich so abgestürzt? Ja, meine Vögel sind gerade draußen. Da ist Sally. Hallo Sally. Ja, Sally war glaube ich im letzten Leben ein Affe. Die klettert immer ganz viel. Hm? Und jetzt, wo ich die Kamera wegnehme, wieder hoch. Jetzt, wo ich die Kamera hinhalte, wieder runter. Sehr kamerascheu Sally, oder wie? Und Niki? Und Niki? Hallo? Hallo? Ja, du bist auch ein bisschen dick, ne? Du musst die mal auch abnehmen demnächst. Niki? Ja, du bist auch ein bisschen dick happened.